Schauen wir mal, was wir bei dem tun da machen, Mensch! Wahrscheinlich nix gescheites. Gut. 100 Jahre später. Oh no, da schwebt doch was beim Turm. Oh oh. Boah, normalerweise nicht. Also der Plan war ja ursprünglich Freitag, Samstag, Sonntag. Aber momentan hab ich einfach zu viel Spaß. Erstens mal am Game selber und am Stream. Also es ist nicht so, dass jeder Tag fix ist. Nur 100 Jahre? Ja. Ich schuf fast dazu. Oh. 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 Oh Gott. Sie sind kaputt. Nichts bewegt sich. Oh. 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 Ob das so schneller geht. Wir müssen mal raus. Juhu! Bleiben wir mal rein. So muss ich die Maffe kommen, oder? Bambi ist noch eine Rakete? Bestimmt, oder? Jawohl! Ja! Wie komisch aus! Wo gehts lang? Da dann! Jetzt baller mich nach oben! Ja, was ich gemacht habe. Arroganz sind die, hm? Wir sind mal eindeutig unterbezahlt, wenn ich das so sagen darf. Oh, da ist da der Rache. Ich frage mich mal, weil ich kümmer Affe, wenn wir immer wieder mit dem, ähm, Raketen und Affe boosten. Es ist nicht so, was wir passen, oder? Ich frage mich mal, ich frage mich mal, wenn du dich abwürdigst, ich frage mich mal zuerst. Ich frage mich mal, dass ich mich zuerst schlauze. Ich frage mich mal, dass ich mich auf das Schlauze überredet habe, wenn ich mich zuerst verbreitend bin. Wo ist denn der komische Stern da? Wo ist der Rache? Nein. Wo ist er hin? Hallo? Er hat verschwindet die Bus gemacht. Ach, da hinten ist er. Oh Gott, ist er weit weg. Nö. Da gab es einen Tempel. Oder direkt unter mir. Da jetzt erst einmal da rein. Bevor der sonst ausdauer rausgeht. Wo es relativ schnell massieren kann. Oh ja. Oh ja. Schiitdi. Noch einmal zum Turm. Ja, ich wollte auch den Schatz vom Labyrinth sehen. Ich habe das Gefühl, dass man das im Untergrund auch noch einmal macht. Komm mal hin. Gibt's bei dir was zum Kochen? Jawohl. Und dann scheiß drin selber. Hau mir Karotten. Karotten. Jo. So, ich habe jetzt nichts gesehen. Ach, mehr brauchen wir nämlich. Wiesel Ausdauer. So, sollte reichen für die erste. Wofür braucht man für... ...maximale Ausdauer? Jetzt knall einfach mal 5 hinein. Jo, ich habe die dupliziert. Weil wir brauchen Ausdauer. Und ich habe die Karotten nicht mehr voll gehabt. So. Ich hoffe, das reicht. Da hinten ist unser Bord-Kubus. Ist er der richtige, oder? Oder nein? Das ist er. Dreh dich um. Das schaut so nörd aus, ne? Oh, das ist so weit weg. War aber der richtige, oder? Jupp. Und da sind wir gestorben. 10 Jahre später. 10 Jahre später. Da habe ich. Können wir dann gleich einfach hinten mit rein? Okay. Mh, wir... Gute mal. Yeah. Weil ich voll nix dort reise. ... 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 So Da in der Mitte ist was Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist Weil ich das mache, aber hey Kippen mal Nördliches Irrschloss Himmel Ach, wir haben ja schon wieder das Zeitlupen-Dingsi-Boomsi Okay, wir müssen anscheinend irgendwas Aktivieren Ich speichere den mal da herum Da unten ist doch was Äh, nein Also Jetzt steh ich mir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht Ob so So eine Frau bei uns wirst mit sowas, was du aber betreibst jetzt Mit Alt-E4, hahaha Sehr witzig Und auch die ganze Zeit nicht zu tun, aber das Folgen, entfolgen, wieder folgen, wieder entfolgen Dann haben wir so komische Kommentare Wer weiß, wer weiß, wäre es nicht besser, wenn du dich einfach weiter zurückkommst Und Nein Diesen immer Oh 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 Okay, ich meine irgendwelche Sachen aktivieren.